Hey, ho, liebe Leute, es geht weiter mit Mario64. Die Gulliver Wumba-Welt liegt hinter uns, das heißt, wir sind hier im Obergeschoss fertig und können eine Etage weiter nach oben. So, hepp, machen wir mal Sesam, öffne dich hier. So, die mystische Kraft, ich weiß. So, und da hinten steht ja immer wieder ein kleiner Freund von uns. So, komm mal her. So, hi. Bedrückte die Uhr zu verschiedenen Zeiten, werden dir weitere Geheimnisse aufgehört. Vielleicht hilft dir auch dieser Stern. Jo, er macht's kurz und schmerzlos und gibt ihm einfach nur den Stern. Wunderbar, yay. Unglaublich. So, es wird Zeit für Tic Tac Trauma. Und, ähm, ich warte lieber nochmal, bis der Zeiger auf der Zwölf steht, weil dann bleibt ja alles stehen. So, Tic Tac Trauma, rolle den Käfig. Mach ich das? Nein. Ich hole mir erstmal die roten Münzen, weil die ziemlich einfach sind in dieser Welt. Was ich am meisten hasse in dieser Welt, werden natürlich wieder die 100 Münzen sein. So, so, hoch. So, so, hepp. Hepp. Sehr schön. Hepp. Und hepp. Und da ist schon der Stern. So, und alle, hopp. Wunderbar. Haben wir schon mal einen Stern in dieser Welt geschafft. Yay, yay, yay. Gut. Ja, finde die acht roten Münzen. Das war ja eigentlich kein Finden, ne? Lange eigentlich direkt vor der Schnauze. Mario, Doppelsprung. Ja, jetzt sollten wir wieder ein bisschen warten. Und dreh dich und dreh dich und dreh dich und nicht zu weit drehen. So. Ach ja, wir rolle den Käfig. Jojo. Dann machen wir das vielleicht auch. Alle hopp. Alle hopp. Und alle hopp. Schwupp und schwupp. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und hepp. Da. Ja, komm schon. So. So. Und hepp. Hepp. Und hepp. Klasse. Den Stern haben wir gleich. So. So. So und so. Und, äh, vorsichtig. Nicht sterben. So. Ich versuch mal was. Und zwar. Müsste ich ja eigentlich auch an den Stellen hier rankommen. Jep. Wunderbar. Aber also sollen wir das ja mit so einem Pfeil machen. Sich da drauf stellen. Und wenn der Pfeil sich bewegt. Und sowas. Aber. So geht's doch auch. Ja, lass dir den Weg zeigen. Da steht's ja eigentlich schon. Man soll das eigentlich mit so einem Pfeil machen. Aber ich finde, so ist es dann doch einfacher. Und vorhin schneller. Ha. Okay. Ja, immer noch rolle den Käfig. Ich hab echt respektvoll den 100 Münzen in dieser Welt. Äh, Gott. Uah. Nicht sterben. Nicht sterben. So. Und alle hopp. Und hopp. Und hopp. Gut, gut, gut. So, hopp. Und hopp. Dankeschön. Und, äh, nicht. So, jetzt aber. Ja. So. Dass manchmal die Sprünge nicht so wollen, wie ich möchte. Das ist natürlich auch suboptimal. So, hopp. So. Vielleicht spiele ich auch einfach wieder zu schnell. Das kann natürlich auch sein, dass ich mir einfach nicht die Zeit nehme. Ups, ich bin zu weit. So. Ob das eigentlich rolle den Käfig heißt, verstehe ich auch nicht wirklich. Ich meine, wir haben ja nichts gerollt oder so. So. Aber den stehen auch. Ist ja keine große Kunst gewesen. Rolle den Käfig. So. Spräuchern und wieder rein hier. Schwupp. Warten und warten und warten und rein. Ups, ich glaube, das war zu spät. So. Achter auf das Pendel. So. Es bewegt sich nichts gut. Da habe ich das ja noch richtig gemacht. Und sterben. Yay. Das war, ähm, der beste Sprung aller Zeiten. Ich glaube, so schlecht ist noch keiner gesprung vor mir. So, warten, 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 warten. Und rein. Ja, ich glaube, das war jetzt wieder zu früh. Also, gar nicht so einfach denn immer. So, achte auf Pendel, jo. Nee, es bewegt sich nichts. Gut, dann machen wir das Ganze doch noch einmal. So. Und alle hopp. Hopp. Und wieder hopp. So. Ich glaube, das ist das Wort auch mal am meisten hören wert jetzt. Hopp und hopp und hopp. 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 Oder hopp. Genau. Hopp und hopp. Das sind jetzt meine beiden Lieblingswörter geworden in diesem Part. Weil man nichts anderes mehr hören wäre. Iyeyeye. Ich bin toll. Und halte ich fest, Mario. Mit Doppelsprung am besten. Dankeschön. Ja, gegen die Wand geklatscht. Ist kein Problem. Solange wir leben, ist doch alles runterbunt. So. Festhalten. Und nichts. So. Vorsicht runter. Und alle hopp. Festhalten. Wunderbar. So. Und schwupp. So. Ja, Hippo. Interessiert mich nicht. Alle hopp. Sehr schön. So, jetzt kommt der Quatsch hier. Ist gar nicht so einfach. So. Und der Stern, der Stern, der Stern. Hab ihn. Wunderbar. Okay, was kam jetzt? Glaub, das ist das komische da, den Spumster. Ich hab den Namen vergessen. Ach ja. Also, wieder warten. Auf die 12 und rein. Wir müssen diesen komischen Sprossendingern wieder heißen. Ach, stampfe mächtig auf. Nein, den Stern hol ich mir noch nicht. Wie gesagt, ich hol mal diesen einen, diesen komischen Sprossendingern da. Normalerweise, wenn die Uhr laufen würde, immer so rausspringen. Den Stern hol ich mir jetzt. Und dann, im nächsten Part, denke ich mal, mache ich das in den 100 Münzen. So, ich fange an in diesem Part. Ja, mal gucken. Obwohl, das ist ja blöd, dann müsste ich ja mittendrin auch. Na, ich müsste nicht, aber ich will die Part halt nicht so lang machen. Und daher würde ich sagen, dass ich die 100 Münzen im nächsten Part anfange. So, erstmal muss ich sowieso noch den Stern hier einsammeln, bevor ich mir Gedanken mache über den nächsten. So, wir hier, gut. Und alle, hopp, festhalten. Ähm, Mario, danke. 100 Münzen sind echt kacke in dieser Welt. Genau wie in der letzten Welt auch mit Regenbogenraterei. Ist es ja auch nicht so einfach. So. Funktioniert das. Und tap. Und wow, 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 wow. Gut, ich bin drauf. Äh, mehr wollte ich nicht. Jetzt wird's Zeit für den Stern. Und alle, hopp. Nicht. Und alle, hopp. Und alle, hopp. Wow. Nicht zu weit. So, und ich hab ihn. Gut, ähm, komm her. Wunderbar. Ich mein, ich kann's versuchen, noch die, äh, 100 Münzen zu holen. Ich mein, ein paar Minütchen hab ich ja noch. Jo, springe auf den Schwebebalken. So hießen die Dinger, na gut. Jo, wieder warten. Und rein. So, ich versuch's einfach mal mit den 100 Münzen. Jo, stampfe mächtig auf. Dann versuchen wir das Ganze doch einfach mal, indem wir die Bomben vielleicht töten. Wir gehen ja auf eine ganze Münze. Und die eine Bombe hat Suizid begangen. Das ist natürlich schade, weil ich die Münze dann nie wieder kriegen kann. So, machen wir uns die roten Münzen nochmal. Sind ja dann auch ein paar schöne Münzchen. Und alle, hopp. Hopp. Wunderbar. So. Und hepp. So, sehr schön. Und hepp. Gut. Und hepp. So, 27 Münzen schon. Das ist ja gar nicht so schlecht. So. Dann mal vorsichtig hier hoch. So, jetzt bin ich hier. Dann gibt's hier noch drei Münzen. So. Ich weiß, ähm... Ich hab jetzt ein paar kleine Münzchen überall, äh, ausgelassen. Ist aber kein großes Problem, weil es sollte eigentlich genügend Münzen geben. Hopp. 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 So. Es gibt auch noch, äh, die blauen Münzen. Und dann dürfte man das eigentlich auch haben. So. Hopp. Hoch, hoch, hoch. So. Ja, hier hoch. Und jetzt einfach nur noch einsammeln. Ja, schön. Ah, 76 schon. Das ist nicht schlecht. So. Gut, hier rüberkommen. Wunderbar. So. Hi, Hifo. Ich glaub zumindest, dass die Hifos hießen. Ich glaub schon, dass die Hifos hießen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt muss der Sprung wieder sitzen. Und alle hopp. Nicht. Und hopp. Und hopp und hopp. Wow, wow, wow. Vorsichtig. So, ganz vorsichtig jetzt. Ja, nicht. So, vorsichtig, vorsichtig. Ähm, nicht festgehalten. Nein, runtergefallen. Na gut. Ja. Ich hab echt Angst, hier noch zu sterben jetzt. Jetzt, wo ich schon so viele Münzen habe. Ja, Sparky, danke. So, vorsichtig. Einfach nur vorsichtig sein. Das ist eigentlich das Wichtigste. Man braucht einfach nur Ruhe. Und muss ein wenig vorsichtig sein. Denn geht das eigentlich auch. So. Hep. Hep, hep. Sehr schön. Dann mach ich das am besten so. Genau. Hier vielleicht so rauf, ja. Ähm. Ja. Nicht. Schade. Und vielleicht so. Ja, ich bin drauf. Wunderbar, wunderbar. So, jetzt darf das hier nicht verkehrt gehen. Ja, ähm. Das war ja schon fast gut. Ähm. Was ist das denn jetzt? Ja, Mario. Ach, komm. Kann ja nicht so schwer sein, jetzt noch die von Münzen einzusammeln hier. Ähm. Ich komm da nicht drauf, irgendwie. Ach, komm, mach doch mal richtig jetzt. Ja. Und hab. Und nicht. Komm schon. Das kann doch jetzt nicht mehr so schwer sein. Boah. Nicht. Nicht so was machen. Und, äh. Hä? Ich war da drinne, oder nicht? Flipping-Fehler. Yay. So, ich bin drinne. 14 Münzen nur noch. Nur noch 14 Stück. Am besten nicht mehr irgendwie sterben. Äh. So. Hep. Hep. Gut. Bitte lass hier Münzen drinne sein. Ja. Nein. Oh, die eine Münze. Na ja. Was soll's? Äh. Äh. So. Hep. Hep. Und bitte nicht sterben. Gut. Muss hier nach oben. So. Und so. So. Und so. Und so. Ich brauch eigentlich nur noch zwei Münzchen. Dann haben wir das eigentlich. So. Bitte lass hier zwei Münzen drinne sein. Ein Leben. Na toll. So. Flamme des Todes. Ah, gut. Ich dürfte es jetzt geschafft haben. So. Ich muss jetzt nur noch irgendwie wieder da runterkommen. So. Gott, oh Gott, ey. Adrenalinschub. Cool hier grad. So. Und. Bitte. Danke. Danke. So. Und. Der 100 Münzstern. Oh, Gott sei Dank. Ich hab ihn. Wunderbar. Du hast 100 Münzen. So. Dann wird es noch Zeit für den letzten Stern. Dann wird es noch nicht so gut funktionieren. Dafür muss das eigentlich nur gut funktionieren jetzt. Und HEP und HEP und HEP und HEP nicht. So. Und. Verdammt. Ja, komm. Ich muss doch eigentlich nur noch da hoch jetzt. Ach, diese Kamera. Das funktioniert nicht mit der Kamera. Ja, nicht. Schade. Oh, jetzt macht er ja gar nichts mehr hier. Ähm, nicht. So. Ach, dann machen wir das von hier. Äh, nicht. Ach, mach doch mal ordentlich, Mario. Ich weiß, dass das geht. Das hab ich schon oft genug getan. Ja, aber irgendwie will's nicht. Gut, dann machen wir das ganz anders. Machen wir das von hier. Und, äh, nicht. Wenn das denn mal ordentlich funktionieren würde. Ah, toll. Das hätte funktioniert, wenn der Wump da nicht gewesen wäre. Ah, jetzt wollte ich dafür wieder zu lange grad. Ich merke's schon. Und, äh, ah, schade. Das sah ja gar nicht so verkehrt aus. Also, noch einmal. Und, äh, Raubkomm, wunderbar. Also, Wump oder Twomp oder was weiß ich was. So, ich muss mich ordentlich justieren dafür. Nein! Ach, Mann, ärgerlich. Da war ich schon da oben und dann runtergefallen. Der Prat zieht sich schon wieder. Na ja. Jetzt will der Sprung wieder nicht gehen. Das ist klasse. So. Ähm, was war das? Komm, ich will diesen einen Stirn jetzt noch haben. Kann jetzt nicht mehr so schwer sein. So. Vorsichtig. Und ich hab ihn. Danke. So. Viel zu lange jetzt schon wieder. Aber ich hab's geschafft mit den 100 Münzen und alles. Ich sollte einfach die Schnauze halten und mich freuen darüber. Gut. Im nächsten Part geht's dann weiter. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ich konnte dich. Bis zum nächsten Part. Aber ich habe's geschafft.